Wir haben alles eingepackt. Schlafsack, Isomatte, ein Zelt, Verpflegung und nicht zu vergessen unsere Kameraausrüstung und vor allem viel gute Laune und eine fette Partystimmung. Unser Weg führt uns über die A48 Richtung Süden, die Vorfreude steigt. Die Fahrt geht direkt in den Hunsrück. Dort auf den Hochebenen hat es schon am Donnerstag Nachmittag eine große Anreisewelle gegeben. Wir wollen nach Kastellauen. Wir müssen uns in eine Autoschlange einreihen, denn dort wo wir hinwollen, zieht es tausende von Partyanhängern auch hin. Zur Nature One 2002, eines der größten und sicherlich auch wichtigsten Outdoor-Techno-Festivals Deutschlands. Wir haben Freitag, den 2. August. Es ist kurz vor 20 Uhr. Wie Sie sehen, alle Leute strömen hinten an die Kassen vor dem Haupteingang der Nature One in Kastellauen. Wir wollen jetzt erstmal die Leute befragen, was sie sich eigentlich davon erwarten, von diesem Partywochenende. Fun. Fun auf jeden Fall. Spaß, Spannung, echt alles. Eine schöne Party. Abfeiern und ja. Also ich erwarte mir von der Nature One ziemlich viel Action und Spaß und gute Musik und Party. Ich erwarte, dass ich so wie letztes Jahr dann wieder zwei Wochen später noch immer daran denke, wie geil es hier war, obwohl letztes Jahr war ein bisschen besser, fand ich. Weiter kann ich wenigstens bis vorne und beim Autofahren. Wie eine riesengroße Kirmes wirkt sie, die Pütner. 90 Hektar groß, die ehemalige Raketenbasis im Hunsrück. Schon am letzten Sonntag im Juli wurde hier emsig aufgebaut. Bis zu 200 Mitarbeiter waren dafür täglich im Einsatz. Allein auf dem Open Air Floor wurden über 200 Tonnen Stahl in die Gerüste verarbeitet. Alles ist jetzt vorbereitet für das lange erste Wochenende im August. Unter dem Motto Zurück zur Natur sollen die Dinge hier zusammenkommen. Die Natur, die Menschen, die Liebe und natürlich die Musik. Auf den vier großen Headfloors mit unterschiedlichen Konzepten und den 16 Clubs heizten die DJs und DJs den Tanzwütigen in diesem Jahr so richtig ein. Insgesamt 250 Künstler aus der ganzen Welt gaben sich hier einstellig ein und hämmerten ihre Beats in die Köpfe und Körper der Besucher. Hier konnte keiner ruhig stehen, die Musik ging durch Mark und Bein, das Tanzbein bewegte sich wie von selbst. Wir schauen erstmal in den Century Circus, eine Welt in der der Bass regiert. Grelle Schreie, fliegende Arme inmitten von meterhohen Boxentürmen, armdicken Lichtstrahlen und einem riesigen Dancefloor. Riesen-Highlight dort war sicherlich in diesem Jahr einer der ganz großen heißen Turntable-Artists weltweit, Sven Veth. Er ist auch einer der wenigen DJ-Popstars, der es über den Techno-Boom hinaus zur bleibende Anerkennung gebracht hat. Veth hat sich der Clubkultur verschrieben und ihrem progressiven Anspruch will er gerecht werden. Das zählt zu einer seiner Leidenschaften. Stilistische Vielfalt von fetten Big Beats, über straighten Techno bis hin zu blubbernden Elektro, das Spielfeld von Sven Veth. Auf der Nature One bete der Boden unter seinen Beats, seine Anhänger rasteten sprichwörtlich aus. Der Open-Air-Floor ist der Platz unter freiem Himmel, wo die Tanzenden wütten. Hier ist kein bestimmter Stil festgelegt worden. Einfach nur unter dem herrlichen Sternenhimmel bei klarer Luft abtanzen zu einem großen Spektrum elektronischer Musik von Trance bis Techno, von Haus bis Big Beat. Ein großer Floor war auch das Haus auf Haus zählt. Haus entstand in den 80ern, als ein paar Radio-DJs aus Detroit und Chicago sich gegen den Rock'n'Roll wandten. Hier wurde gekickt, gepumpt, gesaugt und gestampft bei Deep, Vocal, Disco und Progressiv. Jesse Saunders, der als Begründer der Hausmusik gepriesen wird, pushte die Menschenmassen auf. Für ihn ist seine Musikausdruck der Gefühle. Die insgesamt 250 DJs, die hier aufgelegt haben, unterscheiden und ergänzen sich auf den Museum Festival. Die Veranstalter wählen einerseits aus, wer hier spielen soll. Andererseits senden die Musiker ihre Bewerbungen an das Gründerteam. Die Clubs und DJs bestimmen jedoch selbst, wann sie spielen und was sie auflegen. Also ich glaube, dass bei Nature One ein familiäres Klima immer noch herrscht, obwohl es eine Großveranstaltung ist. Das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland. Und wir haben ein ganz familiäres Klima. Und es ist eine Nature One Familie, sowohl im Team, als auch vor allem bei den vielen Menschen, die da am Tanzen sind. Auf 20 verschiedenen Bühnen, zur Musik von 250 DJs aus 25 Ländern der Erde und alles eine große, große Familie. Wer sich bei diesem Mega-Festival mal aus den Menschenmassen herausbewegen wollte, konnte sich zum einen Kilometer entfernten Campingplatz begeben. Doch auch dort, in dieser riesigen Zeltstadt, in der schon allein am Donnerstag, bevor das Festival startete, 14.000 Besucher gezählt wurden, tobte der Bär. Und ehrlich gesagt, konnte hier wohl auch kaum einer schlafen. Denn auf dem riesigen Gelände legten die DJs mit ihren eigenen Anlagen von Donnerstag bis Sonntagnachmittag fast durchgängig auf. Manche Besucher waren nicht einmal auf dem Festival, die Party stieg für sie hier, zwischen den Zelten. Der Groovalistic Garden zählt seit nunmehr drei Jahren zum Sektor für alternative Dancefloor-Sounds. Die Veranstalter und die DJ-Crew stammt aus Koblenz und präsentierte fette Breakbeats, würzigen Drum'n'Bass, deftigen Two-Step und exquisiven Big Beat. Hier stachen vor allem vier Frauen, die International Drum'n'Bass Assisters und die Koblenzer Gianna Brothers mit ihrem Auftritt heraus. Wir hatten am Donnerstag bei der Mixi-Warm-Up schon rund 14.000 Leute auf dem Campingplatz. Das sind 80 Hektar Menschen aus ganz Deutschland. Wir hatten ganz viele Menschen aus dem Ausland dieses Jahr dabei, aus Holland, aus Belgien. Und am Freitag waren rund 35.000 Leute da, wenn man so hinter mir schaut. Heute ist Samstag. Es werden wohl noch ein paar kommen. Das wird ganz schön werden. Wenn es um Spitzen-DJs geht, dann darf Monika Kruse nicht vergessen werden. Sie kann sich sehen und vor allem hören lassen, neben ihren vorwiegend männlichen Kollegen. Die DJ aus München ist schon seit den 90ern mit elektronischer Musik infiziert, legt aber auch bei Hauspartys selbst auf. Sie hat ein eigenes Label, Terminal M, ein Medium für neue Herausforderungen. Und auf der Nature One hat sie ihre Fans in Spitzen gebracht, die Lady neben den fügigen Herren. Die Nature One mit ihren 45.000 Besuchern hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Ein Open-Air-Festival der Superlative. Party ohne Ende wurde versprochen und natürlich auch gehalten. Ob Veranstalter, Künstler oder Besucher, zufrieden waren sie alle bei der achten Nature One im Hunsrück. Beim berauschenden Feuerwerk konnten alle Anhänger des großen Spektrums elektronischer Musik in den Sternen lesen, dass im nächsten Jahr die neunte Nature One ihre Tore öffnen wird. Hallo liebe Zuschauer!